Ich bin Johannes Frey, kämpfe in der Gwistasse, plus 100kg bei den Olympischen Spielen in Tokio. Polizist. Mit Freunden treffen, spazieren gehen und ausrund. Nachdem ich mit 17 Jahren eine Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften gemacht habe, ging es für mich in die Richtung Nationalmannschaft. Respekt. Ich lese mir noch die Nachrichten von meinem Trainer aus Rumänien und von meinem Papa durch. Mein Bruder. Ich werde 2024 in Paris weiter das Ticket kämpfen. Lieblingsgericht? Spaghetti. Horror oder Comedy? Comedy. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. Dein Gesichtsausdruck, wenn das Trainingslager um zwei Wochen verlängert wird. T shoot! Se guid! Det richtigeций! Abs Study! ııı! Du? Du? Untertitelung des ZDF, 2020